So, dann macht er noch einmal. Was hast du dafür gezahlt? Was hast du da für Sachen gemacht? Hast du das zu erzählen? Nein. Einfach ein Sternenhimmel drin. Ja. Als Türke dann TDI. Gerade eine Generation, 2000er. Ganz anderes Mindset. Total geblendet von Instagram und Co. Was geht Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ceci fragt nach und zu einer neuen Folge. Wie kann man sich so ein Auto leisten? Heute habe ich eine richtig kranke Kiste für euch. Ein Mercedes SUV, aber kein Gewöhnchen, sondern einen mit einer richtig kranken Folie. Heute gibt es Bling Bling. Hatte ich ja schon mal auf meinem Kanal mit einer S-Klasse. Und das zeige ich euch gleich. Aber vorerst gibt es ein Carporn. Und dann legen wir mit dem Interview los und ich stelle euch eine Person vor. Also bis gleich. So Leute, jetzt gibt es das Interview. Wie versprochen, der junge Mann wartet schon auf mich. Und wir legen jetzt mal los. Kleinen Moment. So, da steht er her schon mit seinem GLE. Und ja, ich würde mal sagen, stelle dich mal bei den Leuten vor. Moin zusammen. Ich bin der Tuchan aus St. Gallen. Ich bin 21 Jahre alt. Und ja, ich fahre den GLE 53 Diamant. Und zeigen wir nochmal. Leute, hier steht das kranke Ding. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal drauf ein. Genauer. Ja. Danke nochmal, dass du extra von St. Gallen nach Zürich gekommen bist. Kein Ding mache ich gerne. Ich bin übrigens in Zürich, Leute. Und erzähl mal ein bisschen was von dem Fahrzeug. Ja, es ist ein GLE 53 AMG. Baujahr 2020. Und ja, ist zwar kein V8, ist nur ein V6. Wollte ich gerade fragen, ist es ein 53er AMG? Ja, genau. Ist ein reiner V6. Ja, ich sage mal so, ich bin nicht der Lauteste, auch nicht der Schnellste. Aber Optik bin ich bestimmt der, der wirklich am meisten auffällt. Ich zeige nochmal die Front. Also ich weiß nicht, was die Zuschauer denken, aber ich finde es ein überkranktes Auto. So sieht man ihn echt nicht oft. Ja, je nach Lichtquelle sieht er wirklich anders aus. In jedem Tunnel sieht er anders aus. Bei Sonneneinstrahlung wirklich, ob da volle Sonne draufknallt, also nur halb, das glitzert immer anders, wirklich. Das sieht man auch jetzt. Also wenn man an der Seite guckt, sieht er auch ein bisschen anders aus. Ja, ich zeige nochmal kurz von der Seite. Ja, das kommt schon anders. Sieht aber echt böse aus, das Auto. Ja. Wieso ist es der 53er geworden? Ich sage mal, Anführungszeichen, nur der 53er. So schwach ist er jetzt auch nicht. Ich habe mir vorgenommen, dass ich eine Waren kaufe und nicht liese. Ah, okay, du hast den gekauft. Ich habe mir den gekauft. Ja. Und ja, ich sage mal so, in 63er ist einfach wirklich, der liegt fast bei 200.000 Franken und das ist halt einfach wirklich, das ist halt wirklich viel zu viel Geld, um wirklich ein Auto zu kaufen, sage ich mal. Ich bin jetzt kein Millionär, aber ja, das ist halt viel zu viel Geld. Und deswegen, ja. Du bist ja gerade mal 21. 21, ja. 21 in so einer Kiste. Ganz genau. Aber du hast ihn jetzt nicht bar gekauft, oder? Doch. Er ist bar gekauft. Was hast du dafür gezahlt? Knapp über 100.000. Knapp 100.000. Hatte 12.000 Kilometer drauf. Ja. Zweite Hand. Also wie ein Neuwagen, also 12.000 Kilometer, das ist gar nichts. Okay, jetzt muss ich schon mal ganz schnell erzählen, wie man mit so jungen Jahren so viel sparen kann. Ja, ich sage mal so, wenn man wirklich einen Traum hat, wenn man ein Ziel hat im Leben, dann muss man wirklich dafür arbeiten. Ja. Und ja, ich arbeite in der Metallbranche. Ja. Da verdient man jetzt nicht das Beste, sage ich mal. Aber nebenbei. Du bist ja, genau, das habe ich mir vorher erzählt. Genau. Selbstständig nebenbei noch. Wirklich nebenbei. Gas geben überall, wo man kann. Und ja, ich vermiete den Wagen jetzt auch. Ja. Das ist eine Autovermietung. Mache ich nebenbei mit dem S63 Diamant zusammen, der auf deinem Channel auch war. Den werde ich mal am Ende des Videos verlinken, nochmal den S63. Ja, ganz genau, ja. Und wir wollen halt ab März wirklich voll durchstarten. Ja. Und die komplette Szene wirklich auseinander nehmen. Da muss ich noch gerade mal sagen, Grüße an Arash noch, wenn du das siehst, Kollege. Ja. Das ist ein echt guter Typ. Und ja, wir wollen wirklich die Szene auseinander nehmen. Und ja, auf das können wir euch wirklich freuen. Okay. Ab März sollten wir starten. Und dann, ja. Mal kurz zu den technischen Daten. Ich habe ja gelesen, 435 PS. Vom Werk aus. Genau. Aber wie ist das bei dem Auto? Der hat ja so einen Elektroboost, habe ich gelesen. Genau, ja. Ist das dann so wie so ein kleiner Elektroantrieb? Ja, der hat keiner innen drin mal zeigen. Das ist ein Elektroboost, der lautet sich auf. Wenn man bremst, das ist ja wie ein Formel 1 Auto. Ja. Wenn man bremst, lautet er sich auf. Und du hast eigentlich so, du kannst Vollgas geben. Ja. Und dann beim Ansteigen hast du nochmal so ein Kickdown sozusagen. Und beim Kickdown ist es wirklich so, da kommt der Booster rein. Dann zündet er wirklich. Da kriegst du auch kurz, glaube ich, mehr Leistung, habe ich gelesen. 22 PS mehr oder so? Genau, 22 PS mehr oder so? Und 250 Newtonmeter zusätzlich noch? Genau, ja. Ah, das schiebt er gut vorwärts dann am Anfang? Was, bei 700 oder so? Kurz, in diesem Moment einfach. Kurzer Moment habe ich gelesen, genau. Also 0 auf 100 ist er nicht schnell, aber obenrum ist er wirklich, da zieht er wirklich. Okay. Ich gehe jetzt noch einmal rum ums Auto. So, Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von so einem Auto denkt. Ich fand ihn ja schon bei der S-Klasse brutal, die Diamondfolie. Aber hier nochmal das Heck überkrank. Ich bin ja eh so S-Type-Fan, das wisst ihr, die meinen Kanal schauen. Und das kann ich auch dir sagen, ich feiere die Autos sowieso. Und GLE wollte ich mir sogar am Anfang kaufen. Ja, okay, ja. Dann eben vom Preis her ist es zu viel gewesen. Dann habe ich gesagt, komm, als Alternative GLC 43. Ja, nein, GLC ist auch ein sehr, sehr schönes Auto sowieso nicht. Und GLE ist wirklich einfach breit, groß. Ich meine, alle kennen die G-Klasse und denken, das ist wirklich das breiteste. Aber wenn wir den GLE immer sieht, der ist viel breiter. Das unterschätzt wirklich viele. Wisst ihr, was wir später noch machen? Ich fahre ja ein Smart, der eine oder andere weiß es ja, der mein Kanal verfolgt. Dann stellen wir mal die nebeneinander. Dann gucken wir mal, wie breit dein GLE wirklich ist. Weil wenn du vor dem Auto stehst, ist das wirklich ein Flaggschiff. Und nachher stellen wir mal den Smart nebendran und dann seht ihr mal, wie breit das Auto eigentlich ist. Für mich ist es gar nicht mehr so groß, weil ich sehe jeden Tag. Ja, man gewöhnt sich halt dran. Man gewöhnt sich ja an die Länge, aber ja, wirklich. Wir haben so ein anderes Auto, dem man auch das da hinten mal nimmt, man sieht wirklich schon den Unterschied dazu. Wir machen den direkten Vergleich mit meinem Smart und dann sehen wir mal die Leute, wie breit das Auto wirklich ist. Ja, der passt vielleicht nicht ganz zweimal hin, aber... Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal rein, weil es ist überwindig, es ist überkalt. Und wir filmen drinnen weiter und dann schauen wir mal die Performance noch. Und was besonders geil ist, die Innenausstattung. Die müssen wir uns mal zeigen. Oh ja. Also bis gleich. So Leute, wir sind jetzt im Auto. Es ist einfach zu kalt draußen. Das ist das Blöde im Winter, aber wir haben uns trotzdem Zeit genommen für euch. Ich filme jetzt drinnen auch noch mal nicht wundern, weil ich das Ding in der Hand wiederhalte, aber ich muss das leider so machen. Man muss schon sagen, drinnen ist schon bombastisch. Alles durchgehend digital. Ich zeige das noch mal hier. Leute, ich filme das gerade noch mal. Voll digital. Richtig durchgehend. Das Lenkrad ist eh... Alle, die es kennen, das neue Armgelenkrad. Bombe. Was findest du am geilsten am Auto? Ich sage mal so, das ist wirklich ein Spielzeug für Männer. Ich meine, allein beim Tacho, man hat da wirklich vier, fünf verschiedene Tachoeinstellungen, die man hier so wirklich... auswählen kann. Ja. Ja. Das ist klassisch so viel, was man so wirklich kennt. kommt auch geil eigentlich. sagen. Und was wichtig ist, Bohrmaster darf nicht fehlen. Soundanlage, Leute, ich habe das selber im Mercedes gehabt, ich feiere das so. Das ist wirklich, also... Einer der besten, kannst du mir jede Marke nennen, die es gibt, aber Bohrmaster ist wirklich eins. Das ist so wirklich. Da hat Mercedes wirklich gute Arbeit gleichzeitig gemacht. Weil, ich finde, also im Auto muss einfach Sound sein und so. Wenn da wirklich so eine schlechte Anlage drin ist, macht auch keinen Spaß, finde ich so. Wenn wir im Sommerfenster unten irgendeinen Sound laufen lassen und dann wirklich Sound und Spaß haben, das muss einfach sein. Was mir jetzt aufgefallen ist, man sieht es sicherlich im Video auch, einfach einen Sternenhimmel drin. Ja. Da habe ich einfach gedacht, das Auto reicht so nicht, wie er ist mit der Folie, die auffällig ist. Ja. Dann machen wir noch einen geilen Sternenhimmel rein. Ja. Ja. Wahnsinn. Unglaublich. Das ist so wirklich. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera. Aber ich filme das jetzt nochmal hier. Vielleicht kann ich vielleicht. Alter, das ist so ein geiles Feeling. Also, da könnt ihr schon fast übernachten in dem Auto. Also, wie ihr nachts im Auto sitzt, entspannt mit einer schönen Aussicht. Ja. Das ist wirklich. Da entführst du bestimmt einige Frauen mit so einer Ausstattung. Aber darum geht es dir ja nicht. Dir geht es einfach darum, schönes Auto zu fahren. Genau. Genau. Ne, es ist, ich sag mal, viele Leute sagen, du prallst, du willst dich zeigen. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist einfach, andere Leute kaufen sich Wohnungen oder leisten sich irgendwas anderes. Und es ist halt mein Traum, sowas einfach. Und jeder kann das machen, was er will. Du hast mir auch erzählt, das ist ja auch, du tust ja das Auto auch individuell gestalten, damit du es auch später kommerziell vermieten kannst. Genau. Ja, das ist ein Vermietungsauto. Aber es ist deins. Es ist meins. Wir tun das jetzt mal klarstellen. Das Auto ist nicht geleased. Nein. Du hast es gekauft, hast ja vorher gesagt. Das Teil ist bezahlt. Genau. Und du hast dir halt gesagt, damit das Geld nicht komplett verloren ist für das Auto. Genau. Da vermietest du das. Ja. Und finde ich eigentlich eine gute Idee. Keine dumme Idee. Ja, ich sag mal so, nicht jeder hat die Möglichkeit, so ein Auto zu fahren. Und dann, ich sag mal so viel hat jemand mal Lust, so an deinem Wochenende mal einfach mal Spaß zu haben im Sommer. Ja. Aber kein Geld, um so etwas zu leisten. Ja. Das ist halt nicht günstig, sag ich ehrlich. Wirklich. Ja, du hast ja vorher den Preis gesagt. Ja. Das ist über 100.000. Genau. Und allein zum Beispiel der Tank, der ersorgt zwar nicht viel, aber ein vorher Tank kostet 180 Franken. 180 Franken? Ja, das ist ein 93 Liter Tank. Und du tankst das Beste natürlich. Ja, muss. Muss. Nicht der E10. Nee, nee, wirklich das Beste. E10 gibt es glaube ich gar nicht in der Schweiz, gell? Es gibt 95 und 98. Weil die Schweizer sagen direkt, nein, nee, 10 tanken wir nicht. Ja. Das benutzen wir gar nicht. Bei mir hat an der, wie sagt man, am Tankdeckel auch nur mit Klammer. Ja. Guck mal. Ich mach das Dach nochmal schnell auf. Kein Ding. Dass es heller wird. Genau. Kommt auch geil. Ein bisschen Panorama Dach, gell? Das ist wirklich... Das ist top. Ey, du hast sogar mein Smart. Ja. Nee, das Auto ist wirklich geil. Ja. Findest auch intelligent eigentlich, dass man... Ich weiß, es gibt viele Leute, ich hatte ja schon öfter Leute, die Autos vermieten nebenbei. Genau. Die einfach ihre eigenen Autos nehmen und den Leuten vermieten. Aber eigentlich ist das keine dumme Idee. Nein. Natürlich, die Leute gehen vielleicht damit nicht so gut um. Genau. Oder zerkratzen. Oder was auch immer. Genau. Aber das Auto bezahlt sich dann so gesehen. Genau. Ist so. Ich sag wirklich, viele Leute haben Lust sowas mal zu fahren, Spaß zu haben. Und dann ist das die perfekte Möglichkeit, denen das zu bieten, sag ich mal. Mhm. Und ich selber sag auch, es gibt einfach nichts schöneres, als den anderen Menschen auch eine Freude zu bereiten. Ja. Ich mein, ich hab jetzt eine Riesenfreunde damit, weil es ist meins. Ich hab selber sehr viel Freude daran. Und warum soll ich es nicht den anderen auch bieten können? Ja, das finde ich ja immer cool. Ja. Und es gibt ja mittlerweile viele Leute. Genau. Ich hatte ja schon mal den Arash S63 Coupé, Diamond auch, in meinem Kanal. Ja. Und dem sein Auto ist ja brutal angekommen. Ja. Und es wird ja sehr oft gemietet und so. Genau. Er ist die Nummer eins. Und er war der erste sozusagen und das ist die Nummer eins. Genau. Und das ist ja ein Kollege von dir. Genau, ja. Mit dem arbeite ich zusammen. Ja. Und ab März waren wir wirklich durchstarten und die Szenen auseinandernehmen. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ja. Aber worauf ich auch noch gespannt bin, ist die Performance von so einem Auto. Ja. Ich habe den öfters mal gehört, wie er vorbeigefahren ist. Ja. Soundtechnisch fand ich ihn nicht schlecht. Hat er OPF. Aber ich habe immer gefragt, wie ist er von der OPF ist immer so eine Scheiße, gell? Sorry, dass ich das sage, Leute. Aber OPF ist einfach. Genau. Ja. Ne, er hat zwar OPF, aber ich muss sagen, jetzt mittlerweile durch das Fahren hat er sich ein bisschen ausgebrannt. Ja. Und jetzt hat er wirklich, jetzt hat er wirklich Sound bekommen. Da bin ich mal gespannt, wie er sich anhört. Ja. Lustig ist halt, als ich gelesen habe, der hat einfach so einen EQ-Boost. Genau. Und man spürt es, glaube ich, nicht so extrem, oder? Oh, doch. Aber der fährt jetzt nicht anfangs voll elektrisch. Der fährt schon noch angetrieben. Ne, der ist angetrieben, genau. Genau. Aber er hilft eigentlich immer. Der unterstützt oder so. Der unterstützt eigentlich immer beim Anfahren. Weil er hat 2,5 Tonnen und um das wirklich in Bewegung zu bekommen, hilft eigentlich dabei. Aber der fährt in dem Moment nicht elektrisch. Nein, nein. Weil der hat ja nicht wie andere Hybride einen Elektromotor drin, der die ersten, keine Ahnung, 5 Minuten das Auto jetzt nur elektrisch antreibt. Nein, nein. Der hat wirklich Verbreitungsmotor. In der Leistung tut er ihn vorantreiben sozusagen. Ja. Das merkst du eigentlich beim Fahren, wenn er aufgeladen ist und du gibt einen Kickdown, dann spürst du ihn wirklich. Dann spürst du das? Ja. Dann hebt es hier vorne ein bisschen so an. Da bin ich echt mal gespannt. Ich muss das jetzt nochmal auch zeigen. Hier seht ihr das? Das Charge ist wahrscheinlich dieses. Und Power ist halt das, wenn er dann nochmal frei gibt. Das sieht man dann. Genau. Man kann so viele Sachen einstellen, wie man möchte. Also da ist man wirklich frei. Ja, dann würde ich mal sagen, wir drehen eine Runde. Wir sind leider wieder mal in der Schweiz. Was heißt leider Leute? Das heißt leider. Ich sage immer nur leider, weil wir hier nicht so fahren können, wie wir wollen. Genau. Weil wenn sie dich hier blitzen, musst du deine Nieren verkaufen. Kann man so sagen. Danke. Und das ist das Problem. Ja. Deswegen, wir müssen mal anständig fahren. Ich kann nicht wie Matthias Malmedie fahren, der dann mal auf Vollgas fährt. Oder JP. Nee. So kann ich leider hier nicht fahren mit den Leuten. Aber wir geben uns Mühe. Wir gucken, dass wir einigermaßen den Sound zur Geltung bringen. Wir machen ja mal einen Soundcheck auch. Das machen wir dann auch gleich. Können wir gerne machen. Können wir mal irgendwo halten, wo wir keinen stören. Dann machen wir das einmal im Stand. Da sind aber ja die Neuen ziemlich leise im Stand. Oh. Aber da bin ich gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Also am Anfang muss ich sagen, wo ich ihn gekauft habe, war er wirklich leise. Also wirklich auch. Die ersten 5000 Kilometer, glaube ich, muss man ihn einfahren. Oder wie viel waren es? Zweieinhalb? Zweieinhalb, glaube ich. Zweieinhalb. Genau. Und ich habe den dann eingefahren. Und so nach 15.000, 20.000 wurde er ja voll laut auf euch mal. Nee, das ist wirklich heftig, wenn du ihn einfährst, wo so ein Sound da rauskommt. Du musst ab und zu mal auf die deutsche Straße, ne? Schön auf die Autobahn Richtung Frankfurt, Mannheim. Da kannst du immer schön ausfahren. Nee, also im Sound bin ich wirklich langsam zufrieden. Also ich schaue schon nach einer Ausbauanlage. Ja. Aber zur Zeit gibt es dann für einen 53er nichts. Echt? Da gibt es nichts? Nein, also 63 gibt es vom Brabus. Ja. Aber für 53 gibt es dann auch noch nichts. Dann machen wir das so, wenn das jetzt jemand sieht. Tune. Dann soll er sich bei dir melden oder bei mir. Ja, bitte. Wenn er eine Alternative hat für eine Abgasanlage, die mehr Krach macht, aber legal. Legal, das ist mir wichtig. Muss sauber sein. Muss sauber sein, genau. Dann meldet euch bei uns. Ja, gerne, wirklich. Und dann können wir ja mal vielleicht was am Auto noch machen. Ja. Das wäre doch interessant. Ja, also bei dem Auto werde ich nur noch Felgen kaufen, tiefer legen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, hat man wirklich alles, was man so machen kann. Felgen haben wir ja, Felgen haben wir ja vorhin besprochen. Genau. Das wären dann so eine Art Rolls Royce Felgen, hast du gesagt? Genau, das wären so eine Art Rolls Royce Felgen. Genau. Einfach nur mit dem Unterschied, da werden einfach Mercedes Logo da reinkommen. Ja, klar. Das wäre guter aller Sau, wenn du als Rolls Royce Radkappen drauf hättest. Das wäre nicht so toll. Nein. Das wäre echt nicht so toll. Aber Leute, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge ist 21. Ja. Das Auto ist Cash bezahlt. Ja. Es ist schon krank. Wenn ich immer zurück überlege, was ich mit 21 gefahren bin. Das war, hatte ich einen TT gehabt für 15.000 Euro. Ja. Das war ein TT und ich habe mich wie Big Boss gefühlt mit dem Auto. Da denke ich mir immer, wie fühlt man sich mit einem G&E 53 und der auch noch so aussieht. Ja. Wahnsinn. Nee, ich muss ehrlich sagen, also dank meinen Eltern, wirklich. Meine Mama und mein Paul haben wirklich mir immer den richtigen Weg gezeigt. Ja. Und haben immer gesagt, mache Ausbildung, arbeite. Ja. Weil von nichts kommt nichts. Ich meine, viele Leute, die reden, ah, ich habe nichts. Ja, was tust du denn nichts? Ja, dann muss ich aber auch nicht wundern, dass du nichts hast. Ja, das ist so. Das ist ja das. Das ist ja das, was ich immer den Leuten immer sage. Jeder sagt so, wie hast du das gemacht? Ja, arbeiten. Gibt Gas im Leben. Ja. Vollgas geben. Arbeiten, arbeiten. Jeder ist kaputt. Jeder hat, weiß Gott, acht, zehn Stunden Arbeitstage. Genau. Und die freien Tage werden nicht rausgelassen. Genau. Entspannt da irgendwie rausgegangen, gefeiert oder was auch immer. Ja. Ich sehe es ja selber. Ja. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Genau. Wenn ich frei habe, arbeite ich aber auch. Genau. Habe ich auch zu tun. Genau. Und das ist halt klar, du bringst nur Opfer. Das ist so. Aber das ist ja nicht für immer. Das machst du, bis du mal einen Status erreicht hast. Genau. Dann kannst du vielleicht entspannter durchs Leben gehen. Ganz genau. Ganz genau. Und er hat halt früh damit angefangen. Ja. Was hast du da für Sachen gemacht? Kannst du das so erzählen? Nein. Kannst du nicht erzählen. Aber legal. Ich sage immer, den Leuten wirklich, arbeitet auch nebenbei irgendwo. Weiß nicht, Security, wenn man alt genug ist. Geht auch. Ja. Gibt auch einen guten Stundenlohn. Ist so. Arbeit wirklich überall nebenbei. Pizza Service. Ja. Ist auch, weißt du, auch gut. Ja. Kriegst Trinkgeld. Ja. Hauptsache, du hast ein zusätzliches Einkommen. Genau. Und jetzt halt mit der Autovermietung zusammen. Das läuft halt so. Ich meine, nur, dass er in der Garage steht, macht er halt wirklich Minus. Sag ich mal. Also Minus in dem Sinne. Es hat ein hoher Geldverbrauch. Ja, die Autos, die verlieren nun mal am Wert. Genau. Das wird sich nicht ändern bei bestimmten Autos. Nein. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der 16er Motor jetzt irgendwann mal mehr wert sein wird. Das wären vielleicht die V8, wenn sie irgendwann nicht mehr vorhanden sind. Genau. Wären die natürlich wertstabiler sein. Wenn wir jetzt gerade bei V6, V8 sind. Du hast jetzt den 63er nicht gekauft, weil er halt einfach extrem teuer ist. Genau, ja. Das macht nochmal wie viel aus? Ja, also der Wert von einem 63er, je nach Ausstattung, lief fast bei 200.000 Franken. Und den hast du jetzt gesagt, ungefähr 100. 100 habe ich ihn gekauft, zweiterhand. Aber von diesem Auto der neue Wert ist auch bei 184.000 Franken gewesen. Das ist der neue Wert von diesem Wagen. Das ist schon Wahnsinn, was für eine Spanne ist. Das ist zwischendrin. Ja. Gute Hand, der hat aber über 612 PS, gell? Genau, ja. Und bei mir ist es halt Vollausstattung. Bei mir ist es natürlich nichts, was du jetzt noch zusätzlich ausstatten könntest. Leute, drin ist einfach, das ist einfach übergeil drin. Genau. Mit den LED-Leisten hier, die durchgehend sind. Lenkrad muss ich eh nichts dazu sagen, habe ich selber gehabt. Ja. Kommt kein Hersteller an. Nein. Das ist das beste Lenkrad, was es gibt. Die anderen, also BMW, Audi sind auch tolle Autos, wirklich. Ja. Ich sage nicht, dass das nicht schöne Autos sind. Vorsicht, Vorsicht. Oh. Oh, Dankeschön. Hey, wo war dein Kopf eigentlich? Der ist fast über Rot gefangen. Boah, jetzt habe ich gerade Herzkasper gekickt. Der hat zügig über eine Ampel. Ich weiß nicht, wo du hingucken sollst. Deswegen hat man hier so Angst über Rot zu fahren. Ja, wirklich. Aber das ist schon eine Hausnummer, wie viel Geld das ausmacht, sobald du auf V8 gehst. Ja. Ne, das ist wirklich so. Aber du hast auch mehr Spaß, sag ich dir ehrlich. Ich meine, ich habe jetzt 435 und der andere hat über 600. Ja, das ist schon eine Ansage, weißt du? Das ist halt wirklich eine Ansage. Das ist halt wirklich eine Ansage. Der ist, glaube ich, 5,3 Sekunden auf 100 deiner. Ja. Und der hat 63 erschienen wie 3,8 oder so. Das spürst du halt schon. Ja, auf jeden Fall. Mein GLC hat zum Beispiel 4,7 gehabt. Ja. Und das hast du schon gespürt. Ja. Dass er gut vorwärts geht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, fast eine Sekunde. Weniger der 63er, das merkst du dann richtig. Auch wenn es nicht viel klingt, eine Sekunde. Aber das spürst du. Ja. Ich sage immer so den Leuten immer, wenn sie mit mir mitfahren 0 auf 100 so und sagen, oh, der war jetzt nicht so schnell. Da habe ich immer überlegt, das Auto wiegt 200 Tonnen. 200 Tonnen, ja. Das ist halt nicht wirklich eine kleine Masse so. Du kannst hier eh nicht rasen. Nein. Das bringt dir gar nichts. Leute, wir sind eh gerade überfordert. Wir wissen gar nicht, wo man hier richtig fahren soll. Das geht hier eigentlich fast gar nicht. Ja. Da müssen wir echt so eine kleine Landstraße finden, wo man einmal kurz von 0 auf 100 schleunigen darf. Mal gesagt jetzt auch. Genau. Warum ist jetzt ausgerechnet Mercedes geworden? Weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also die anderen Autos, BMW, Audi, gefallen mir wirklich. Aber ich finde einfach, Mercedes hat so seinen Status, sage ich mal. Ich sage immer, BMW, also wenn jemand wirklich sportlich unterwegs sein möchte, wirklich Sound, das Grauen, wirklich sportlich, dann muss ich ehrlich sagen, dann holt euch ein BMW. Ja. Weil Soundtechnisch ein BMW ist natürlich aber wirklich viel besser als Mercedes. Ja, auf jeden Fall. Die klingt schon gut. Ja. Und bei mir war einfach so, ich wollte einfach irgendwas bequemes, was aber auch trotzdem Spaß macht und mir Freude bereitet. Ja. Du bist ja Grammar 21. Was war dein voriges Auto? Also ich habe zwei Autos. Du hast aktuell zwei? Ja. Also den hier. Ja. Und mein Alltagsauto ist ein Golf. Golf 5. Ja. Als Türke dann TDI? Ja. Klischee, he? Als Kovalolita, 105p ist wirklich nichts Besonderes. Aber ich muss ehrlich sagen, sogar mit dem Golf habe ich manchmal mehr Spaß als mit dem Mercedes, weil du kannst mit dem Sachen machen, mit dem kannst du mit dem Auto nicht machen. Das schluckt halt auch nichts. Ja. Nee, wirklich. Ich habe Verwandte, viele in der Umgebung, ich habe auch türkische Wurzeln, falls du das weißt. Ja, sehr sehr. Und die Zuschauer fragen mich auch immer wieder, weil sie es nicht wissen. Ja, okay. Aber ich bin der undercover Türke. Und in meinem Familienkreis so viele, auch Vater, alle hatten immer diesen 1,9er TDI. Nee, ich muss dir ehrlich sagen, also es gibt für mich eigentlich als Alltagsauto fast kein besseres Auto. Weil Verbrauch ist perfekt. Nix. Die sind stabil, die Autos. Ganz genau. Ich meine, meine hatte 260.000 Kilometer. Ja. Und das Ding fährt, als hätte es gar nichts. So gefühlt 10.000. Ja, wenn du immer die Wartung machst. Genau. Die fahren bis zu 400.000. Ja, wirklich. Die fahren und fahren, da passiert gar nichts. Seht ihr Leute, auch wenn man einen Cash bezahlten GLE 53 hat, heißt es nicht, dass man mit dem Golf nicht rumfahren kann. Deswegen schämt euch nicht, wenn ihr auch mal einen Golf fährt. Ja, klar. Auto ist erst mal Auto und wenn du den Luxus hast, kaufen es können, dann kaufst du es halt. Genau, genau. Aber man muss sich nicht schämen, jetzt im Golf rum zu fahren. Nein, überhaupt nicht. Weil er macht es ja auch. Überhaupt nicht. Und du musst es nicht mal machen. Ich muss es nicht machen. Also, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe den Golf fast einen Ticken sogar mehr lieb, als den Mercedes. Weil einfach die Emissionen da einfach mehr groß sind als erstes Auto. Und zwar ist der Mercedes geil, viel Leistung, Sound, aber manchmal Golf mit dem rum zu heizen, auch geil. Das ist halt, wenn du nicht auffallen willst. Ja, siehst du. Ja, mit dem. Im Golf fällst du halt nicht mehr auf. Nein, da bist du einfach in der Masse drin. Du fällst jetzt oft genug auf. Genau. Die Folie ist ja schon heftig. Genau. Und jetzt sag mal, was hast du eigentlich für die Folie bezahlt? Willst du mir das mal sagen? Ja, für die Folie habe ich sie mal 1.000 bezahlt. In Schweiz hast du es dann gemacht? Ja. Beim gleichen Folierer wie bei Arrasch. Genau. Sie sind halt schon stolz, ja? Ja. Schon stolz. Da sind halt zwei Folien drauf. Auf einmal eine Folie, um den Lack zu schützen. Ja. Und dann auf die Folie kam dann die Folie drauf. Und jetzt wirklich zwei Folien. Die Felgen bin ich mal gespannt, wenn die drauf sind. Ja. Und das wird's. Ich kann ja mal ein Bild einblenden dann, welche Felgen drauf kommen. Genau. Und die werden ja auch eine ordentliche Summe jetzt kosten. Die werden auch eine ordentliche Summe kosten. Mal gucken, ob man da irgendwie, weiß ich nicht. Was hast du gesagt, um die? Also 12.000 habe ich mal gesehen. Mit Bereicherung? Nur die Felgen. Nur die Felgen. Nur die Felgen. Ja. Mal gucken, was wir da wirklich runter handeln können. Weil ich habe wirklich vor, 24 Zoll rauf zu klatschen. Ich meine, jetzt habe ich 22. Ja. Das sind Riesendinger. Ich sage nicht, dass sie klein sind. Aber auf dem Schiff sind es einfach, wie sagen wir, kleiner aus. Hat da auch nicht jeder. Das ist halt auch nochmal so ein Punkt so. Ich hatte 21 und ich habe gedacht, Junge, sind die riesig. Aber wenn du da 24 mit dir vorstellst. Ja. Ist ja schon ein halber Traktor. Nee, das ist wirklich ein Panzer. Wo wir uns getroffen haben, standen wir mal kurz draußen. Genau. Kam direkt so ein Mann, so ein Fahrrad. Da haben wir gedacht, okay, wer ist das jetzt? Was ist mit dem von uns? Ja. Und dann war das einfach, Leute, das war einfach ein CEO von einer irgendeiner großen Firma. Die irgendwelche Keramikbeschichtungen machen. Hat uns einfach angesprochen und meinte, können wir nochmal zusammen was machen? Ja. So schnell geht das, wenn jemand deine Folie sieht und du auffällst. Ja. Unglaublich. Genau. Nee, ich sag ehrlich, ich finde allgemein, man sollte mit den Leuten zusammenarbeiten. Egal mit wem. Weil man sollte doch alle gegenseitig pushen, alle weiterkommen. Jeder sollte sich gegenseitig helfen. Was bringt einen, wenn er wirklich alleine das macht so? Da klatscht keiner eh, wow, hast du selber gemacht. Aber wenn du wirklich Leute mitziehen kannst, mit Leuten pushen kannst, haben alle was davon. Das wünsche ich mir auch immer wieder von meinen YouTube-Kollegen, die vielleicht größer sind als ich. Dass man sich gegenseitig hilft, dass man vielleicht auch mal auf meine Anfragen reagiert. Sowas würde ich mir auch wünschen, dass man so ein bisschen als kleinerer YouTuber ein bisschen unterstützt wird. Und die Zuschauer sollen mich natürlich auch unterstützen, wenn sie den Content feiern. Das ist auch wichtig. Ja, sicher. Mich würde persönlich interessieren, ob du eine Ausbildung gemacht hast. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht als Produktionsmechaniker der Metallbranche. Ja. Und in der Firma, wo ich jetzt tätig bin, machen wir Zug- und Druckfedern. Ah, ehrlich? Ja, für alles möglich, wirklich. Von Maschinenbauteile bis zu Autos. Ich komme ja aus diesem Bereich, Maschinenbau. Ja. Deswegen kenne ich den Begriff natürlich, Zug- und Druckfedern. Wann hast du angefangen damit, Delere? 2016 habe ich ein Praktikum in einem Jahr gemacht. Ja. Und dann bin ich zur Ausbildung, 2017. Mhm. Und dann drei Jahre. Ja, 2020 war ich irgendwie vorbei. Hast du eigentlich nie richtig in dem Beruf gearbeitet? Ja, seit zwei Jahren. Ja, seit zwei Jahren. Also noch nicht so lange. Genau. Das Ziel wäre, wirklich selbstständig zu werden. So wirklich. Aber ja, das ist halt wirklich Sachen. Für das brauchst du wirklich sehr, sehr viel Geld, um selbstständig zu werden. Selbstständigkeit in der Schweiz sowieso. Ja, das ist wirklich. Und es kommt immer drauf an, was du machst. Ja. Nein, das ist, also, ich habe vor, so Pläne sind, als Türke, eine Shisha-Bar aufzumachen. Aber wirklich auf einem Niveau, so wie ich jetzt im Auto, einfach außergewöhnlich. Wirklich, dass die Leute wirklich, so eine Shisha-Bar gibt es einfach nicht. Shisha-Bars sind ja so, gibt es wie Sand am Meer. Genau. Aber das Komische ist, wenn es gut gemacht wird, läuft es. Das ist so. Und bei mir ist es einfach so, ich sehe es so. Jeder war in Shisha-Bar, es war auch sehr fien. Und es ist immer Standard. Aber ich finde einfach, man sollte in jedem Bereich mal wirklich irgendwas haben, wo exklusiv einfach sagt, okay, guck, der ist wirklich der krasseste von allen, sozusagen. Sag ich mal so. Man muss mal versuchen, besser zu sein. Genau, genau. Aber es ist eine gute Einstellung. Hoffentlich sehen das viele junge Zuschauer. Ja. Weil das Mindset haben nicht so viele in deinem Alter. Nein, nein. Also ich sage, ich verstehe die Leute, die jung sind und Partys machen wollen. Ja, gehört irgendwo dazu. Gehört dazu, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Ziel ist es irgendwie mit 30, 40 in die Rente zu gehen. Genau. Und wirklich dann mein Leben wirklich zu leben. Was bringt mir, wenn ich mein Leben jetzt lebe, aber ich 40, 50 Jahre schuften muss und ackern muss, sozusagen. Ich bin ehrlich zu dir, ich bin ja jetzt schon mittlerweile 35, ich bin ja ein bisschen älter wie du. Und ich habe genau den Fehler gemacht. Ja. Also ich habe immer gefeiert. Ja. Ich war immer unterwegs. Früher habe ich Fußball gespielt. Ziel war natürlich Fußballprofi zu werden. Aber dann kam irgendwann das Partyleben dazu. Genau. Ja, und dann war das eigentlich das Wichtigste zu der Zeit. Es ist so, ja. Und dann habe ich aber jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich älter bin, denke ich mir, wieso hast du nie schon damals angefangen und Geld angefangen zu investieren. Genau. Oder ein Geschäft aufzubauen oder irgendwas Kleines. Von mir aus, kauf den Kaugim Automaten, stell ihn an irgendeine Schule. Hauptsache du hast irgendeine Einnahmequette. Aber ich habe zu der Zeit nur an Fußball, an Feiern gedacht, an Urlaub gedacht, aber nie an Business. Nein. Und deswegen, wenn es Leute sehen und ihr jung seid, schaut, dass ihr euren Arsch hochkriegt. Genau. Weil später, wenn ihr dann älter seid, müsst ihr euch nicht einst abrackern in irgendeiner Firma. Ja. So wie ich oder wie du. Wir müssen dann die ganze Zeit arbeiten schuften. Genau. 8-9 Stunden am Tag. Und deswegen fangt immer früher an zu investieren. Das ist so. Ich sage immer, geht einfach Vollgas. Ja. Jeder ist kaputt, wie ich vorhin schon sagte. Jeder geht kaputt. Aber gibt nicht auf, gibt einfach Vollgas. Einfach immer Vollgas geben. Es gibt auch schlimmere Jobs. Es ist so. Es gibt richtig harte Jobs, die wir hier gar nicht kennen in unseren Ländern. Ja. Die dann in anderen Ländern ausgeübt werden. Genau. Wo sogar kleine Kinder auf einem Mülldeponie arbeiten. Ja klar. Und da sage ich, was wir hier so leisten, das ist noch Schockeleben. Das ist so. Und dann beschweren wir uns noch. Genau. Das kommt noch dazu. Schaut Leute, dass ihr Gas gebt. Ja. Weil das ist wichtig. Das sage ich jedem. Jeder, der mich sieht. Jeder, der mich fragt. Wie hast du das gemacht? Soll ich arbeiten. Arbeite dafür. Was ich gut finde an dir ist, du hast jetzt dein Ziel erfüllt, was das Auto angeht. Genau. Aber du bist nicht satt. Du bist immer noch hungrig. Ich bin immer hungrig. Und das ist das Gute. Man muss hungrig bleiben. Ja. Ganz genau. Wenn ich jetzt irgendwie 50 Millionen gemacht habe mit irgendwas, dann kannst du sagen, okay, ich mach mal ein bisschen ruhiger. Genau. Aber weil ich jetzt irgendein Auto geholt habe und darauf gespart habe, heißt das nicht, ich muss jetzt mich entspannen. Wenn mal Vollgas geben. Weil mein Ziel ist es jetzt auch, ich bin ein bisschen später dran natürlich. Ja. Auch vielleicht in den nächsten paar Jahren einfach ein bisschen ruhiger zu machen. Okay. Ja. Also das wird sicher noch zehn Jahre dauern. Aber ich habe eben das Ziel und ich wünsche mir auch, und deswegen mache ich auch den Kanal. Ja. Dass die Leute motiviert sind. Durch euch Leute wie dich. Klar. Und deswegen mache ich diese Videos. Man kann nicht sagen, dass ich eine Vorbildfunktion bin oder so. Ja. Ich meine, ich habe jetzt nur so ein Auto. Ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie, keine Ahnung, eine riesen Firma besitzt oder sowas. Ja. Aber mit 21 das zu haben, was ich habe, das muss man auch erstmal schaffen. Muss man auch wirklich auch schaffen. Weil ich sehe andere 21 hier, die Partys haben nix so. Ja. Wird gar nix. Ziellos halt. Genau. Ziellos. Leben auf ihr Leben. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Aber dann sollte man sich auch nicht beschweren, dass man so ist, wie man zurzeit ist. Was wäre das nächste Level, wenn du jetzt den abgeben könntest? Also abgehen werde ich den nicht. Was ich mir jetzt vor habe, noch zu holen ist ein S63 Coupé. Cabrio. Cabrio, genau. Das ist so noch mein nächstes Ziel, sag ich mal. Weil ich finde so, man sollte im Leben einfach Ziele haben. Nicht 10, 20 Ziele, man sollte ein Ziel haben und in diesem Ziel arbeiten. Wenn man das hat, einen Haken machen, ab zum nächsten. Und dann da volle Kanne Gas geben. Wenn du jetzt ein bestimmtes Vermögen hättest. Okay. Geldtechnisch. Also jetzt, sagen wir mal. Durch jetzt eine halbe Million oder eine Million. Ja. Dürfte ich damit jetzt was anfangen. Ja. Also ein Auto zu kaufen oder sonst? Würdest du dann nochmal ein geiles Auto holen? Also noch ein geileres? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt wirklich eine halbe Million, sagen wir mal. Hätte ich jetzt eine halbe Million, würde ich kein Auto kaufen. Ja. Dann würde ich wirklich gucken, dass ich wirklich businessmäßig investiere. Das finde ich echt richtig geil, die Einstellung. Ja. Das haben wirklich wenig Leute. Jeder andere hätte jetzt gesagt, ja ich würde mir ein Lambo kaufen. Nein. Nein. Also das ist der Trugschuss von einem Lamborghini, sag ich mal. Ja. Jeder will ein Lamborghini, jeder will so ein Ding fahren. Aber ich muss ehrlich sagen, also wirklich Spaß machen tut das nicht. Das Auto ist auf dem Boden und rückwärts parkieren geht gar nicht. Siehst du nichts dahinten. Bist du Einzelkind oder hast du Geschwister gehabt? Ich bin Einzelkind. Einzelkind, das ist ja normalerweise verwöhnt. Hört man oft. Ja. Ganz genau. Aber dass ein Einzelkind so eine Einstellung hat, das hört man auch nicht oft. Nein, also das kommt von meiner Mama, von meinem Papa. Die haben dich dann wirklich gut erzogen. Die haben dich dann wirklich gut erzogen. Ja. Ich sage immer so, meine Eltern haben mir wirklich den richtigen Weg gezeigt für das Leben. Ja. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass sie mir das so gelernt haben. Ja. Weil sie haben jetzt auch kein leichtes Leben gehabt. Und ich finde, so lernt man im Leben, was wichtig ist im Leben. Ja. Okay, der Mercedes ist jetzt nicht was wichtiges im Leben. Es ist eigentlich Gesundheit das Wichtigste im Leben. Das ist so, ja. Und dann kommen, sag ich mal so Luxussachen, so Autos und hast du nicht gesehen, Wohnungen oder sowas. Ja. Aber wirklich das Wichtigste ist sicher mal, dass man gesund ist, Familie hat, Frau, Kinder, die dann irgendwann mal gesund sind. Das ist wirklich mal das Wichtigste, sag ich mal. Das andere kommt danach. Genau. Das wird in unserer Generation häufig vergessen. Ja. Das ist wirklich so. Dass eure Dinge auch zählen. Also, dass wir komplett vergessen. Das ist komplett. Jetzt gerade eine Generation. Ja. Also, 2000er. Ja. Die sind dann ganz anderes Mindset. Die sind total geblendet von Instagram und Co. Hoffentlich in Zukunft werden viele junge Leute diese Videos sehen. Ja. Dass sie mal sehen, wie wir wirklich die meisten denken oder was die Ziele die haben. Weil das, was wir im Instagram sehen, Leute, das ist alles Schauspielerei. Ja. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug gelabert. Jetzt heißt es mal endlich Sound und irgendwo mal beschleunigen. Genau. Leute, schaut euch mal den an. Hey, das war die erste Beschleunigung in der ganzen Stunde jetzt. Ja, das war in jedem Erfolg, als wir 10, 20 Prozent waren. Ah, der ist auf Sport Plus die ganze Zeit. Ja. Okay. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fahre nur Sport Plus. Das macht sonst keinen Bock, gell? Komfort ist so langweilig. Man kauft sich so ein Auto nicht, um auf Benzin zu gucken. Ja. Also, die Emotionen sind einfach so langweilig eigentlich, wenn das Auto auf Komfort ist. Auch so das Ansprechverhalten und so, das stimmt alles nicht. Nein, Sport hast du wirklich. Da hast du wirklich. Aber eins ist mir aufgefallen. Es ist mords leise in dem Auto, so Umgebungsgeräusche. Also von Körselix. Gut isoliert so. Mein GC, ich muss sagen, Leute, war schon richtig leise drin. Ja. Aber der ist nochmal ein Tick leiser. Genau. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob es Autos da draußen gibt, die die Zuschauer fahren, die wirklich extrem gut isoliert sind. Weil wenn ich mir eine SUV kaufe, will ich, dass er sehr leise drin ist. Genau. Und ich bin jetzt mal Range Rover Velar gefahren vor zwei Jahren. Ja. Der war auch unglaublich leise drin. Ja. Auch gut abgeschotzt alles. Du hast nichts gehört. Das ist schön. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für Autos ihr fahrt und wie die Erfahrungen sind. Würde mich auch mal interessieren. So Leute, jetzt sind wir an einer schönen Straße. So. Jetzt sehe ich den mal als Tacho und drück mal, wenn ich es schaffe zu filmen. Ich probier es mal. Aber. Loppa John holt. Ja, ja. Ich hoffe ihr hört das. Ja, der knallt schon. Der knallt schon. Und das mit der OPF. Das mit der OPF. Man erwartet ja, mit der OPF kommt gar nichts mehr raus. Nee. Ja. Ja. Mit dem Tunnel hört sich das ganz geistens krank. Tunnel ist schon anders, gell. Klar, in der offenen Gegend hier geht es ein bisschen verloren. Ja. Das ist so. Das ist immer noch nicht Vollgas. Das ist so 50 Prozent. 50 Prozent? Ja. Das ist so. Ja, der drückt schon gut, he? Für so ein, man muss sagen, es ist ein Schiff zweieinhalb Tonnen, hast du gesagt. Genau. Das ist schon sehr viel, wenn man überlegt. Das ist sehr, sehr viel. Und mein GC hat, glaube ich, 500 Kilo weniger geworben. Zwei Tonnen auch. Ich glaube, er hat zwei Tonnen geworben. Ja. Oder sogar, ja, ich weiß es gerade nicht genau, aber um die zwei Tonnen, glaube ich. Ja. Also ich sage jedem, der den Wagen fährt, sage ich immer, Leute, beruhigt sich damit das Gewicht in den Kurven. Die Massen, die da oben wirken, das ist halt nicht, kommt nicht von ohne, sage ich mal. Das ist einfach, das Auto ist schwer, das Auto ist groß, der Widerstand ist auch hoch. Der Luftwiderstand. Genau, genau. Und da will ich nicht wissen, wie es bei der G-Klasse ist. Wenn es einen G-Klasse-Fahrer gibt unter euch mit 63er Modell, das will ich ja schon lange mal mitfahren. Ja. Weil da ist der Luftwiderstand ja richtig beschissen. Ja. Weil das Ding ist ja viereckig fast. Genau. Also, so aerodynamisch ist das Auto nicht. Also ich kann dir sagen, es ist leicht enttäuschend. Der 63er? Allgemein G-Klasse, ne. Das Auto, wie es sich fahren lässt, also, du bist so gefühlt in einem Traktor, sag ich mal, so in der Kurve und so, das Auto kippt so halb, das ist halt typisch G-Klasse. Der Schwerpunkt ist halt hoch. Der ist halt echt extrem hoch. Und man hier bei dem... Boah, Alter, er hat ja richtig geknattert. Der Zartmann. Ich hoffe, das hat man gehört. Die ganzen Öko-Fahrradware sagen so, ey, der Drecksack. Sollen wir mal leise machen das Ding. Wie ist das Thema Versicherung eigentlich bei dem Auto? Ich habe jetzt als Vermietung die Versicherung abgeschlossen mit Teurer, aber ohne Vermietung habe ich bezahlt 1,9 Euro. Ohne Vermietung 1,9 Euro? Genau. Und ja, das geht noch für dein Alter eigentlich, gell? Der Waren läuft über meine Power. Ach so, deshalb. Weil bei mir würde die Versicherung fast 5.000 kosten. 6.000. 5.000, wenn du auf dich machst? 5.000, wenn du auf mich, ja. Ach du Scheiße. Und da habe ich natürlich gesagt, du weißt was... Bist du Schweizer? Hast du Schweizer passt? Nein, habe ich nicht. Das spielt auch eine Rolle, gell? Das spielt auch eine sehr große Rolle. 5.000, wenn du das jeden Monat abdrücken müsstest, also jedes Jahr, das wäre schon ein Haufen, gell? Da habe ich gesagt, weißt du was, Power, da muss ich leider in den Kopf hinein. Leider muss ich den Kopf hinein. Die Bußen kriegt er dann immer. Ja, die hat er bis jetzt immer herbekommen. So Leute, jetzt gibt es noch den Soundcheck. Wir haben genug gelabert. Jetzt machen wir noch einen Beschleunigungstest, damit ihr das Auto mal hört. Und wir legen jetzt gleich los. Er dreht jetzt eine Runde und danach hört ihr das Auto. Boah, wie das knattert. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber der hört sich von außen wirklich gut. Er kommt jetzt gleich nochmal. Aber das Ding klingt echt geil. Würdet ihr euch einen 8 Zylinder kaufen oder den 6 Zylinder? Natürlich ist es vom Sound ganz anders. Jetzt hupt da irgendeiner rum. So, jetzt kommt er gleich nochmal. So, dann macht er noch einmal. So Leute, wir machen jetzt mal im Stand noch einen Soundcheck. Weil die Autos sind ja immer begrenzt im Drehzahlbereich. Daher bin ich mal gespannt, wie er im Stehen klingt. Und seid mal gespannt. Ja, der klingt schon gut. Geht noch ein bisschen mehr. Ich hatte ja gesagt, wir machen noch einen Vergleich. von Smart und vom Gehle. Und jetzt habe ich die mal nebeneinander gestellt. Und gleich im Moment. Jetzt schaut mal. Der Vergleich, wie bulligt der Gehle neben meinem ist schon süß. Schon süß, gell? Ja, das ist heftig. Man unterschätzt das wirklich. Ja. Er hat gedacht so, ja, mein Gehle ist nicht so breit. Aber wenn du den Gehle jetzt anguckst. Von vorne. Und dann guckst du mal meinen Smart nebendran an. Wie kleiner einfach ist. Jetzt sieht man den direkt im Vergleich, Leute. Was denkt ihr? Lustig, oder? Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt viel gequatscht. Genau. Wir sind so ziemlich am Ende angekommen. Ja, ja. Es gibt immer eine Botschaft von meinen Videos. Und du kannst ja mal den Zuschauern eine Botschaft mitteilen. Ja, also, ich sage mal so. Wie ich schon gesagt habe, kämpft im Leben. Ja. Gib Gas im Leben. Ja. Egal wie down ihr seid, egal was für Zeiten ihr habt. Jeder hat eine schwere Zeit. Gibt's immer, ja. Und ich habe einfach gelernt, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nicht aufgeben. Unmöglich. Gib Gas. Gib Gas. Weil die Zeit, die du verlierst, die kannst du nicht vergängig machen. Jede Minute, die weg ist, die ist einfach weg. Genau, das sage ich auch immer. Jeder Tag, den du im Bett gechillt hast, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Genau. Und du lebst nur einmal. Du lebst nur einmal. Du lebst nur einmal. Das ist nur die Zeit, die du halt hast. Genau. Vielleicht hast du nur noch einen Monat zu leben. Wer weiß. Und du hast die Energie in dem Alter jetzt. Genau. Merkt euch das? Gib mir. Mit 1,20. Kommt nicht oft sowas. Nein. Wirklich nicht. Und deswegen, ihr habt auch den Fehler gemacht. Habt zu lange gebraucht, Leute. Ja. Habt zu spät angefangen mit meisten Sachen. Daher, nehmt es zu Herzen. Ganz wichtig. Setzt es um. Und wenn euch der Content gefallen hat, abonniert den Kanal. Kostet nichts. Ist alles kostenlos. Es dauert eine Minute, euch anzumelden. Und es hilft mir enorm. Also, bis zur nächsten Folge. Und Ciao.